Oh Mann ey, also das ist auf jeden Fall die Runde des Sterbens. Ich stelle mich gerade an wie so ein Vollnoob. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, he? So was hat man mal? Vor allem wenn ich jetzt seit ca. einer Woche nicht mehr gespielt habe, oder etwas über eine Woche. Kann das schon mal vorkommen. So. Gibt er wieder Blutviolen? Gibt er Blutviolen? Gibt er Blutviolen? Ich weiß auch nicht ob ich erst da hätte angeben wollen. Angeben müssen. Rutsch. Ist nicht so geil. Ist nicht so geil. So. Ja, andersrum wenn ich jetzt da lang lauf, wäre da riskant wegen meinen Seelen, ne? Wegen meinen Echos. Da liegt noch ein Item. Ich weiß es absolut nicht mehr. Wie, 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 wie. Ja gut bleibt uns erst mal nichts anderes übrig, weil ich weiß auf jeden Fall da hinten, äh, neben dem, komisch die, ähm, äh, 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 wie heißt das denn, was wollt ich sagen? Nehmen dem, blöden Sumpf da. Ölsumpf. Und am Ende des Ölsumpfes ist so ein, quasi wie so ein Boss. So ein mieser NPC. Den kann man, äh, ordentlich verärgern. Und dann ist das ein ordentlicher Drecksack. Und vor allen Dingen da, wo der, ich sag mal, wenn man das Spiel auf gut spielen will, dann, äh, ist das, äh, eine ziemlich beschissene Situation, weil man den dann da töten muss. Und, äh, man hat da extrem wenig Platz gegen ihn zu kämpfen. Und das ist ein Spackofatz. Das ist ziemlich scheiße. So, hier ist auch kacke, weil da ist nämlich üble Stelle. Ja, ich sag so oft, das ist kacke, damit meine ich eigentlich, das ist eigentlich nur schwer. Ein bisschen hinterlistig, aber so ist, Blattbau neben. Ähm. Ja. In die Falle will ich eigentlich nicht reinlaufen. Ups... Hoppala. Gate? Ach, der ist mir in der einladen. Wer ist mir in der einladen? Der ist mir in der einladen, der ist mir im Shortcut. und ich glaube dann gibt es keine lampe so schlecht einschätzen momentan weil ich jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe diese kleine blöde tritt von so einem blöden gegner habe ich schon fast gekloppt ja diese bestien blut tabletten die habe ich nicht so ganz verstanden wenn die anderen verstanden hat kann der mir mal den genauen sinn von den dingern erzählen soweit ich dann halt verstanden kann man die nehmen und dann desto mehr gegner man in der kurzen zeit kaputt haut desto stärker wird man aber ich hab das erst so verstanden dass man sich dann irgendwie in so eine bestie verwandeln kann so wie der pater gas gold meister ist da meine ich hier ist eine üble falle vorbereitet wollte ich nämlich beim ersten mal reinge da bin ich dann nämlich voll reingefallen die scheiß falle haben ihre graben mich da kaputt gepickt drecksschweine drecksvögel aber das werden eine geile komponente gewesen soll ich mal wenn man sich dann hier noch so als bestie verwandeln könnte so wie der gas wehrwollt wer schon unterricht jetzt nur blöd die du da oben da meint ich ein anderer weg dran vorbei dass ich erst nach oben muss ja also wie gesagt ich glaube hier ist gar keine laterne mehr gewesen weil sonst ich hätte mir nur noch vorstellen können dass die die da hinten im kleinen dorf war also da jetzt aber nicht war gibt es hier glaube ich keine mehr jetzt muss man wieder hier auf die blöden hunde aufpassen ich habe noch mal den ersten number zwei noch mal auch ja den sack träger den machen wir jetzt nicht versuchen daran vorbeizurennen ich hab schon wieder 14.000 seelen was ist los denn der sack träger ich weiß nicht da sind ja immer noch unsere seelen am start ich weiß jetzt nur nicht welcher von den dudes da unten meine seelen hat aber da werden wir schon herausfinden wie die da einfach durch die büsche werfen können alter was ist los hier der hat meine seelen 65.000 ohne scheiß ich muss hier weg da ist doch dort doch da ist doch da sind bestimmt vier level drei vier level werden auch bestimmt sein da ist den arsch aufgerissen so jetzt können wir hier den shortcut freilegen der ist nämlich hier in dieser höhle ich glaube ich wüsste wo noch eine laterne wer so weit wollte ich gar nicht hingehen oder so wollte ich gar nicht nach vorne gehen ich habe heute wieder ein bisschen wort ich bin geschossen ich habe es nicht gut dass ich hier mitten im gefilge kämpfe denn ich habe da gerade noch so ein bisschen was in meiner erinnerung hervorrufen können dass dahinten gleich ein ziemlich dickes bum bum ist und ziemlich viel schaden hat wenn ich es auch trifft mit bum bum meine ich kanone die schießt nämlich mit einer fetten dreckskanone auf uns wie sie so aus mittelalter bekannt sind komm ich da irgendwie rein ich glaube nicht ne nein nein da kann ich nicht rein da hinten steht sie nämlich schon müssen wir jetzt nämlich erst einmal vorlaufen da ist sie ja aber ist nicht so cool ich bin hier nur noch rumgelaufen vorbeigerannt irgendwo ging hier glaube ich auch noch ne höhle runter oder so nehmen wir mal einen geheimen gang hier war kein gegner ach ne in die hütte kommt man auch so warte mal was hat er denn da nicht weiter und hier war da glaube ich noch irgendwie wat ne 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 wo ist der dude der aufm schießt hier waren wir ja gerade drin ich glaube hier drin ja nur da sind zwei ouch in den rücken rein wir haben hier kein genehm so die kugeln aus kugeln haben wir da war nichts mehr ähm da oben ist noch ein item da müssen wir jetzt aber gleich sowieso hin ach da steht noch ein item oh shit oh shit so drei kugeln für einen so ein trock alter ich glaube ich stehe im wald so best dem blutblätten also wie gesagt hab ich hab ich mal ein paar mal benutzt hab ich nicht ganz verstanden weil ich doof bin na ihr kennt das ja mittlerweile ich bin nicht so gerade der intelligenteste aber mein gott so ist das eben dafür sehe ich gut aus ne ähm ja wie gesagt wenn er mir da ein bisschen ob da noch ein versteckter hintergrund ist oder ob man sich wirklich noch irgendwie verwandeln kann oder wat dann äh schreibt mir das mal bitte dann würde ich nämlich gerne wissen boah ich glaube eigentlich nicht so jetzt wüsste ich hier wäre gleich ne laterne das weiß ich da unten irgendwo aber äh dafür müsste ich erstmal da runter gehen der und der ist richtig weil der macht so nen anschein als wenn da nur so'n kleiner Gippel Dude ist und dann geht er euch voll in den Arschig weil der ziemlich asozial ist er ist nämlich sehr kräftig und macht Giftschaden und das nächste Gebiet ist sehr ekelhaft, weil da kriegt man dann auch wieder überall Gift. Überall gibt es da Gift, jede Menge Schlangen, überall Büsche, wo die Drecksviecher sich verstecken. So, den haben wir. Ja, wie gesagt, ich mache uns so ein bisschen das böse Ende, sag ich mal. Wenn man das böses Ende nennen will. Was ist das denn da für Leute? Ich habe keine Ahnung. Ah, ich glaube, ah ja, genau, das ist, das ist, glaube ich, diese Uni von Birkenburg. Da müssen wir hin zu diesem Haus. Was wollte ich gerade sagen? Aber ich vergesse. Na ja, scheiße, war wahrscheinlich nicht wichtig. Ja, auf jeden Fall, da sind dann viele versteckte Gegner in den Büchern und dies und das und über Schlangen und eklige Viecher und stark und nervig. Also man kann ja grundsätzlich über alles heulen, aber das waren wirklich so Gebiete, die habe ich wirklich gehasst. Da habe ich auch extrem lange für gebraucht, um da durchzukommen. So, hier haben wir nochmal ein paar Giftmesser gefunden. Da unten müssen wir gleich auch nochmal drauf springen, weil da kriegen wir eine geile Knarre her. Die kann man zwar selten benutzen, weil die ziemlich viele Kugeln braucht, um einen Schuss abzugeben. Aber an sich hat die ordentlich Feuer hinterm Arsch. So, und hier haben wir so einen NPC, dem würde ich keine Sekunde trauen. Aber wir trauen dem jetzt einfach mal, weil der ist ziemlich übel. Das werde ich euch aber dann später zeigen. Oder werdet da später sehen, dass der übel ist. Vor allem vor dem Dude wurde uns ja auch schon mal erzählt. So, auf jeden Fall, den Dude, den müsst ihr euch mal ein bisschen im Hintergrund walten. Und das ist der blinde Mann, vor dem wurde uns schon gewarnt. Ähm, und jetzt könnt ihr euch mal hier so die Gegend angucken. Warte. Oh, da kommen wir später hin. Ja, auf jeden Fall hier auf diesem Dach, äh, äh, das müsst ihr euch auch mal ein bisschen merken. Hier hätte man dann gegen den kämpfen müssen. Aber das werdet ihr später sehen, zu was der Dude da, der NPC, ähm, in der Lage ist. Ja, hier haben wir die Kanone gefunden. Die Kanone ist sehr geil, aber macht jede Menge Schaden. Aber, ähm, frisst, glaube ich, zehn Kugeln pro Schuss. Das heißt, ihr habt, äh, mit der Kanone nur zwei Schuss zur Verfügung. Ohne besondere Runen, dass, ähm, hier mehr Kugeln tragen könnt. Und, äh, finde ich ein bisschen mies. Ansonsten ist sie nämlich ultra fett. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Kugeln mal, wo der Typ sich hier versteckt hat, der hier gerade langgelaufen ist. Da unten steht er. Äh, hier waren, glaube ich, keine Items mehr. Nein. So. Der Typ ist hier ziemlich... Nein, ich versuche mich mal an den Rand zu schleichen und von hinten zu staggern. Ja, hat schon geklappt. Ich hoffe, er ist so tot. Nein, der ist bei weitem nicht tot. Ich hoffe, ich kriege den vor seiner... Ja. Weil... Ja, gut, ich spoiler jetzt mal nicht weiter. Hör auf, dich hinzusetzen, du Arsch. So. Werdet ihr gleich noch sehen, weil da kommen noch ein paar von... von den Viechern. So. Äh, jetzt links oder rechts. Eine Seite war, glaube ich, ein Shortcut. Und eine andere Seite war, glaube ich, eine Laterne. Oder nur ein Shortcut. Äh, da ist der Shortcut. Aber da müssen wir erst, ähm, noch weiter gehen. Ähm, hier hatten wir jetzt alle Items her gehabt. Oder geholt. Hier ist nichts mehr, genau. Dü-lü-dü-dü-dü-dü. Ja, und, äh... Hier müsste jetzt irgendwo eigentlich eine Laterne sein. Hier kommt, glaube ich, erst noch so ein... Ja. Da ist er. Au, au, au. Das meinte ich. Ja, und der Typ, den wir gerade kaputt gehabt haben, der kann sich nämlich auch in so ein Viech hier verwandeln. Ah, der fucking Knappe. Oh, der fucking Knappe. Guck mal hier. Oh, der fucking Knappe. Oh, der fucking Knappe. A central ist einer der fucking Knappe. ich hab kaputt gut da haben wir also die sind echt übel also mit denen sollte man echt nicht spaßen und scheiße bauen so jetzt möchte ich aber langsam wirklich mal ne Laterne haben weil wir nähern uns den 80.000 Seelen und wir nähern uns auch dem Ende der Aufnahme und Prozent dafür will ich doch gern noch die Dings da fahren wir mit dem Aufzug genau dann sind wir direkt an der Laterne so aufzug jetzt habe ich es wieder so war das Gegengift und der Typ ist auch cool und ein fähiger Jäger wie es scheint ich bin Walter Meister der Liga Mitglieder der Liga reinigen die Straßen von allem Schmutz der durch die Jagd aufgewühlt wird wie es jeder halbwegs anständige Jäger tun sollte nicht wahr habt ihr nicht genug gesehen von diesen elenden Bestien sonderbaren Schnecken und verrückten Ärzten verurteilt die Monster zum Tode mit der Hilfe eurer Liga Eidgenossen was sagt ihr wollt ihr der Liga beitreten scheiße ja schließt das in euer Herz ein unsere eigene Carol Rune Symbol der Liga die Nächte wimmeln von entweitem Abschaum und sind durchdrungen von ihrem fauligen Gestank denkt nur jetzt seid ihr bereit nach Herzenslust zu jagen und zu töten jagt gemeinsam mit euren Gefährten euren Liga Eidgenossen ja der Typ den habe ich schon mal getötet das machen wir jetzt aber nicht denn wir lassen dem am Leben bis wir den DLC spielen den DLC habe ich nämlich noch nicht gespielt und ich habe dir einfach mal die Waffe von den DLCs angeguckt und der Typ der hat eine Waffe die wir im DLC bekommen aber jetzt in dem richtigen Spiel nicht also jetzt in dem ersten Durchlauf werden wir die nicht bekommen aber im DLC würden wir die bekommen und die ist mega nice die Waffe oder sieht sehr geil aus die will ich gerne haben und deswegen lassen wir den jetzt ausnahmsweise mal am Leben so jetzt können wir mal leveln hier mit den 80.000 Seelen äh Echos kanalisieren so ja äh Ausdauer machen wir hoch wie viel können wir denn machen wir mal hier sechs levelern wir okay wir machen Ausdauer ein wir machen ja geschick geschick muss man eigentlich hoch machen wegen der einen Waffe die zweite also wobei mir das Scaling irgendwie absolut nicht gefällt die hat zwar ein A-Scaling aber ich weiß es nicht machen wir mal zwei da zwei da zwei da ja machen wir so also irgendwie geschick Scaling ja ich weiß es nicht ich weiß nicht genau inwiefern äh da noch äh Waffen kommen weil ich hatte mir die Scalings nie so genau angeguckt gehabt so ähm jetzt benutzen wir mal noch hier fix so ein oh bin ich hier so ein Blut Kalbbluttau verwenden da verwenden wir nochmal eins so sollte reichen äh Waffen verstärken wir verstärken unsere Klinge äh fünf Zwillingsblutsteinscherben zehn Zwillingsblutsteinscherben so mehr können wir nicht machen Blutstein Verstärkung so jetzt gucken wir mal hier was wir hier noch haben an Verstärkung haben wir nichts neues was uns irgendwie Power geben würde als Dreieck haben wir auch nichts besseres hier können wir noch ein bisschen was machen haben wir da schon irgendwie ein Feuerblutstein nein 34 34 34 39 und der gibt langes Gift das ist ganz cool äh Stich 42 ne machen wir den mit 39 rein den hier gut jetzt können wir auch das Ding nochmal glaube ich aufpimpen nein habe ich auch schon alle drin ja den müssten wir auch nochmal verstärken geht da ne brauchen wir auch schon Zwillingsblutsteinscherben weil den brauchen wir auf jeden Fall für den nächsten Boss ähm wo haben wir denn die Karöle Rune Rune da Unheil genau maximal 2 GP im Koop bringt mir jetzt zwar nichts aber äh wir machen die trotzdem mal rein weil die an sich nichts zu bedeuten hat gerade ähm welchen müssen wir denn jetzt hier rein verbotener Wald da waren wir glaube ich gut Leute aber bevor wir dann im verbotenen Wald weitermachen ähm beende ich jetzt die Aufnahme wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dann werden wir den verbotenen Wald durchrocknen wie gesagt ist ein bisschen nervig das Gebiet weil es auch ziemlich lang ist und ähm wahrscheinlich werden wir dann bei den nächsten Aufnahmesession auch schon ähm den nächsten Boss sehen ich weiß jetzt auch ob der Boss ziemlich kacke ist weil der mir gerade wieder eingefallen ist weil da sind dann oder der Boss der Bosskampf der ähm läuft nicht als ein Boss es sind nämlich ein paar mehr also auf jeden Fall mehr als einer so ähm das sollte jetzt erstmal gewesen sein ich verabschiede mich wir sehen uns beim nächsten Mal wenn es euch gefallen hat haut nochmal ein paar Likes raus wie gesagt auch mit den besten Bluttabletten ähm mal ein paar Comics vielleicht nochmal ein paar Tipps zu der Waffe oder zu den anderen Waffen und wir sehen uns beim nächsten Mal dann